Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video und ihr fragt euch, wer ich bin oder so. Ich sag euch gleich, wie ich heiße, wie alt ich bin und woher ich komme. Okay, mein Name ist Albion Planer. Ich bin 10 Jahre alt und komme aus Kosovo. Also bin ich ein albanischer YouTuber. Und ihr fragt euch auch, ob ich mehr Videos machen werde. Ja, das werde ich auf jeden Fall. Da hole ich noch so Freunde. Dann spielen wir Fußball oder keine Ahnung. Wir werden einfach Tolles machen und ja, das werdet ihr dann einfach sehen. Also und ja, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video und haut rein. Peace.